Guten Tag und Willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Thomas Witt mit Agra. Dieser Part wird jetzt auch etwas kürzer. Ich hab keine Lust immer so lange Parts zu haben. Vor allem weil... Weil, ähm... Letzter Zeit ist es irgendwie so, ich muss jeden Part irgendwie zweimal rendern. Denn einmal, wenn ich ihn rendere, da ist der Part kürzer, als er sein müsste. Da wird irgendwie irgendwas weggelassen. Sollte das Programm ändern. Ja, ich hab ja auch letztens einen Part hochgeladen und der war eiskalt nur 10 Minuten lang, obwohl er wirklich halt 15 Minuten lang war. Ja. Das war blödlaufen. Da kommen noch mehr Zombies. So, aber... Ja, das Spiel wird gespeichert. Ich guck mir erst mal an, was das hier ist. Komm. So. Ja. So. Los. 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 Noch einmal. Alter, brauchst du aber lang. Ja, will sowieso wieder scheiße. Oder das ist eiskalt genommen. Oh, eine Kakaobohne. Überleben war das, äh, hier. Weiter. Hier, das. Dann noch das hier. So. Also, ich sollte vielleicht, ähm... Nee. Quatsch. So, das sollte ich tun. Ansonsten... Ja, das war's dann, oder? Nehme ich wieder irgendeine Scheiße mit? Das ist vielleicht sinnvoller. Ja. Hierhin. Damit ich auch auf dieser Reihe und auf dieser Reihe 2 habe, die angreifen, denn die hier nehmen ja schon etwas von meiner Verteidigungsenergie weg. Von meiner Verteidigungskraft. Nee, die hole ich mir noch nicht. Es gibt Wichtigeres. Zum Beispiel die hier. Oder die hier. Die kosten ja auch nicht gerade wenig. Oder die hier. So, endlich alle. Weil... Hochwellnüsse gebaut. So. Endlich, endlich. Ah. Ah. So. Hier. Baue ich schon mal den da hin. Diese Reihen. Diese drei sind dann zwar nicht von den Schirmblättern geschützt, aber... Ich glaube nicht, dass da Bungee Zombies... Bungee Zombies... Ja, war doch richtig. Ähm, runterkommen. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, die kommen nur ab hier. Ich habe mich geirrt, wie ein Ihre. Egal, dann mache ich das so. So viel wird sich jetzt auch nicht ändern. Ich glaube, die machen auch mehr Schaden, oder? Ich weiß nicht. Oh. Das ist kacke. Ein Wehblatt nehme ich mit. Nee, komm. Nee. Ja, die werden doch recht schnell hergestellt wieder. Wieder hergestellt. Wieder aufgeladen, meine ich. Wow. Hm. Das hier zur Sicherheit... Moment, was ist mit dem Part? Oh Gott, wie ich das immer vergesse. Ähm. Was noch? Was noch? Ja, und die hier. Bam, bam. Bam, bam. Ich bin mir nicht sicher, ob die hier wirklich mehr Schaden machen. Oh, nee. Deswegen werde ich... äh... ...meinen Fokus jetzt nicht mehr auf die hier legen. Ich werde sie schon noch bauen, aber... ...in Maßen. Gerade wenn ich kann und so. ...wenn ich das nötige Kleingeld habe. So. Da hin. ...wenn ich das nötige Kleingeld habe ich gerade nicht. Habe ich gerade auch wieder nicht dafür. Obwohl, das war ja eine Investition, die sich auch lohnt. Ei, 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 ei. Mal eben 300 zum Fenster rausgeschmissen. Aber das mit dem Wehblatt hat sich gelohnt. Jetzt Kürbisse... Ja, wenn ich hier jetzt Kürbisse gebaut hätte, wäre das alles total kacke gewesen. Und wie kacke das wäre. Okay. Wieder so. So, so. Bam. Okay. Keine Ballon-Zombies mehr. Das ist gut. Hier das. Zur Sicherheit. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ach, wenn, wenn. Ich werde jetzt eh nicht verlieren. Dafür bin ich viel zu cool. Und viel zu schön. Ich werde jetzt nicht verlieren. Okay. So. Und sich zwar nicht mehr, weil ich habe das ja eh schon gleich gewonnen, aber... Der Symmetrie wegen. Hier ist es ja auch irgendwo symmetrisch, weil ich den ja nur in der Mitte habe. Das ist aber nicht symmetrisch. Oh, das ist auch nicht wirklich. Genau, ich werde mich jetzt nur noch um die Symmetrie kümmern. So. Okay. Baue ich hier noch sowas hin. Als Ausgleich dafür, weil hier habe ich jetzt sozusagen einen Angreifer verloren. Wegen dem Schirmblatt. Genauso wie hier. So. Und dann ist jetzt alles schön symmetrisch. Alles nahezu perfekt. Komm, Bungee-Zombies. Macht mir alles kaputt. Ach. Okay, die landen da gar nicht. Passt ja perfekt. So, 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 so. Und wieder einen Diamanten. Dann kann ich ja jetzt auch gleich wieder mal zu diesem hässlichen Baum. So, dann gleich überlieben Tag schwer. Ach. Nicht vergessen. Ah, jetzt fehlt mir ganz, ganz wenig. Komm. Darf ich mir doch jetzt irgendetwas Geld geben, oder? Ich werde das jetzt abwarten. Ich warte das jetzt ab. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ehrlich, so wenig? Das ist doch nur ganz, ganz wenig. Ach, scheiß doch drauf. Habe ich eben einen weniger. Boah. Die 40. So, wieder fünf unnutzte Tipps. Müde, deprimiert? Leiter bei Hochwallnüssen machen dich fertig. Ein Magnetpilz leistet da schnelle Abhilfe. Die Höhe von Hochwallnüssen ist bei Delfinreiter und Vogelzombies gefürchtet und berüchtigt. Die Sprengkraft einer Kirchbaum oder eines Jalapenos kann mit Leichtigkeit Leitern von Wallnüssen entfernen. Wirf Stinky der Schnecke nicht deine ganze Schokolade in den Rachen. Sie ist ein echter Nimmersatz. Denk dran, auch zehn Gartenpflanzen stehen auf Schokolade. Was bringt denn das? Ah, probiere ich jetzt mal aus. Zunderholz brennt heißer als Wut, aber Zombonies, Fliegengittertüren, Leitern und Katapulte sind hitzeresistent. Aha. Kann das sein, dass sie gerade irgendwie schneller ist? Oh. Das wusste ich zum Beispiel nicht, was dann passiert. Ich habe den Tipp schon mal zwar gelesen, aber habe es nicht ausprobiert gehabt. Wenn du im Endlos-Überleben-Modus-Verbesserungspflanzen einsetzt, musst du wissen, dass sie immer teurer werden, je mehr du pflanzt. Ja, das stimmt. Also hier. Endlos wird dann hier stehen. So. Ach, genau. Part beenden. Tschüss, bis zum nächsten Part.